Das war tatsächlich der erste Song, den ich released habe. Und es ist heute auch deswegen noch mehr eine Special Night, weil das heute das erste Mal ist, dass wir live spielen tatsächlich. Also viel Spaß mit Blessing in Disguise. Und es dürfen nochmal alle richtig gern abgehen. Das war's. 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 Das war's.